Was für olympische Athleten gilt, gilt offenbar auch für das britische Königshaus. Dabei sein ist alles, sagt sich Prinz William und versucht sich beim Fußball mit mäßigem Erfolg. Mir beim Fußballspielen zuzusehen ist nie schön. Der Ausdruck Giraffe auf Eis kommt einem in den Kopf. Eine klare, schonungslose Analyse, der man eigentlich nicht widersprechen mag. Wie auch immer, es ist nicht ganz so peinlich, wie meinem Bruder dabei zu beobachten, wie er dabei mogelt, der schnellste Mann auf dem Planeten zu werden. Prinz Harry überzeugte schon Anfang des Jahres ohne Ball, dafür gegen Usain Bolt. Was die königliche Familie aber noch besser kann, ist repräsentieren, ihr Land und die olympischen Spiele. Auch bei der Fackelübergabe vor dem Buckingham Palace gilt also das olympische Motto, dabei sein ist alles. vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020